Willkommen auf eine Schatzsuche. Wir machen heute eine Schatzsuche. Mann, stopp, sei leise! Also, wir haben eine Schatzsuche von Mama und Papa gemacht. Und wir haben noch kein Versteck gefunden. Und wir möchten, dass ihr uns jetzt hört. Wo könnte denn wohl das beides hin? Wo könnte wohl das hier denn hin? Und noch... So viele Sachen! Eins, zwei, drei! Das Flug kommt nicht vorbei. Und wo könnte... Und wo könnte das hier hin? Und wo könnte das hier hin? Also, gibts jetzt mal eine Frage. Wo können meine drei Geschenke hin? Oder vier Geschenke? Und natürlich... Habe ich Mama und Papa das hier hin? Schenke ich Mama und Papa... Also, natürlich... Wo schenke ich Mama und Papa eine Seife? Ganz leise! Nicht gucken! Aber noch nicht gucken! Aber du lass mich hier, okay? Hallo! Hallo! Wo kannst du mal ein Geschenke stellen? Das ist ganz leer! Ich weiß, wo das denn machen war, aber das bleibt ganz, ganz, ganz leer sogar! Und du darfst mich nicht! Und du darfst uns ganz zur Seite nicht einmal! So, jetzt müssen wir die Geschenke irgendwie verstecken! So, wie soll ich meine... Wie soll ich die alle in die Tüte stopfen? Und jetzt mache ich einmal das Geschenke so... Falten! Und dann nochmal falten! Das darf nicht aufnehmen! So! So! Und jetzt... Wie soll ich jetzt drei Sachen tragen? Oder zwei? Und jetzt verstecken wir alle die Geschenke... Und jetzt verstecken wir alle die Geschenke! Wir gucken zuerst Lumen uns an, wie sie ihr Geschenk versteckt! Und wo sie es versteckt! Los, Lumen! Muss in deinem... Muss in deinem Zimmer sein! Sie versteckt es in ihr Zimmer! Aber nicht ran! Die haben nicht die Geschenke gesehen! Hup! Das hat gesteckt! Oh! Zeig euch! Wo ich da den verstecke! Oh! Vielleicht bestens in deinen Schrank! Hier! Hier! Gut! Dann versteck's! Lumen versteckt ihr's in den Kühlschrank! Hier! Das er keinen Kühlschrank anmitte! Das ist mir dann... Und jetzt zeig ich... Meins Geschenk, wo ich es verstecke. Hallo, danke. Mich aber. Und mein Geschenk verstecke ich. Ganz schwer. Hier. Und das andere verstecke ich. Und das andere verstecke ich. Und das andere verstecke ich. Hier. Und fertig. Das war unser schönes Video. Und morgen ist schon der 24. Vision abgeregt. Und wir hoffen... Nein, stopp! Und wir hoffen, dass ihr das Video bei Weihnachten seht. Viel Glück und viel Spaß. Fertig.